Hallo, heute werde ich euch ein neues 2018er E-Bike vorstellen. Da Herkules als erster liefern konnte, werde ich euch heute das neue 2018er Herkules Roberta R7 zeigen. Und so sieht es aus. Eine gelungene Optik finde ich. Das neue Modell ist nicht mehr schwarz matt lackiert, sondern schwarz glänzend mit grauen und blauen Dekorelementen. Das Roberta R7 hat jetzt den hochwertigen Alu-Rahmen spendiert bekommen, der sonst nur den teureren Pro-Modellen vorbehalten war. Der Einstieg ist jetzt noch etwas tiefer und breiter. Dieses Modell gibt es ausschließlich mit dem Damen-Zentralrohrrahmen. Bei diesem sehr gut ausgestatteten Einstiegsmodell wird der neue Bosch ActiveLine Mittelmotor eingebaut. Er unterstützt mit einem Drehmoment von bis zu 40 Nm. Wer sich eine etwas kräftigere Unterstützung wünscht, kann auch den Bosch ActiveLine Plus Mittelmotor bekommen, der in dem Schwestermodell Roberta R7 Plus zum Einsatz kommt. Der Active Plus Motor unterstützt mit bis zu 50 Nm Drehmoment. Für das Roberta R7 stehen drei Akkugrößen zur Wahl. 300, 400 und 500 Wattstunden. Wobei meiner Erfahrung nach von den meisten Kunden die 400 und 500 Wattstunden Akkus gewählt werden. Durch das große Kettenblatt mit 38 Zehnen und die Optimierung des Getriebes fährt sich das E-Bike auch ohne eingeschalteten Motor so leicht wie ein normales Fahrrad. Natürlich ist das E-Bike etwas schwerer als ein normales Rad, aber es ist schon beeindruckend, was man an einem so guten Motor noch verbessern konnte. Außerdem ist der Motor unglaublich leise. Wenn man nicht spüren würde, dass er unterstützt, könnte man meinen, der Motor ist ausgeschaltet. Wirklich toll gemacht. Aber dazu komme ich später nochmal, wenn wir das Rad Probe fahren. Wie das Vorgängermodell hat auch das neue Roberta R7 eine 7-Gang Shimano Nexus-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse oder wahlweise mit Freilauf. Geschaltet wird mit dem üblichen 7-Gang Drehgriff. Auch die bewährte Suntour CR85 Federgabel mit 50mm Federweg ist am neuen Rad zu finden. In der Mitte des Lenkers ist das Bosch Intuvia Display montiert. Es ist abnehmbar, lässt sich aber auch fest montieren. Über die Bedieneinheit auf der linken Lenkerseite kann man die Unterstützungsstufe wählen, die Schiebehilfe aktivieren und über die Infotasten sämtliche Informationen abrufen. Die neue Klingel ist jetzt besser zu erreichen. So braucht man auch zum Klingeln nicht mehr die Hand vom Lenker zu nehmen. Auch die Beleuchtung hat sich verbessert. Es ist jetzt ein AXA Blue Line LED Scheinwerfer mit 30 Lux verbaut. Das AXA LED Rücklicht hat natürlich eine Standlichtfunktion. Die Magura HSL Hydraulikfelgenbremsen gehören selbstverständlich auch wieder zum Ausstattungsumfang. Mit den Schwalbe Citizen Reifen rollt das Rad leicht und komfortabel. Der Reifen hat einen Reflexstreifen und wird in der Breite von 42 mm aufgebaut. Für Tourenfahrer, die viel Wert auf Pannensicherheit legen, würde ich den Schwalbe Marathon Plus Reifen empfehlen. Mittlerweile gibt es aber ja schon viele Reifen, die für E-Bikes geeignet sind. Die Sitzposition ist dank des komfortablen Lenkerbügels fast aufrecht. Durch den verstellbaren Lenkervorbau lässt sie sich aber auch ganz individuell einstellen. Der Sattel gehört auch zu den Teilen, die im Vergleich mit dem 2017er Modell noch verbessert wurden. Bei dem neuen Roberta R7 wird ein breiter Celebassano Volare City Sattel aufgebaut, der sehr bequem ist. Auf eine gefederte Sattelstütze wurde verzichtet. Wem die Federung wichtig ist, kann natürlich eine Federsattelstütze nachrüsten. Der iRack Systemgepäckträger eignet sich sehr gut für Einzelpacktaschen. Denn an den Seiten sind zusätzliche, tiefere Packtaschenstreben angebracht. Auch Körbe und Boxen lassen sich durch die Systemaufnahme einfach befestigen und wieder abnehmen. Die Kunststoffschutzbleche von SKS sind leicht und stabil. Nur ein Schmutzfänger am vorderen Schutzblech fehlt leider. Die Pedale sind auch etwas robuster und hochwertiger als am 2017er Modell. Das Roberta R7 ist mit geösten Hohlkammerfelgen und schwarzen Niro-Speichen ausgestattet. Im Hinterrad sind die Speichen auf 2,34 mm verstärkt, was der Stabilität gerade beim Fahren mit viel Gepäck zugutekommt. Damit das Rad immer sicher abgestellt werden kann, wurde am Hinterbau ein Pledger-Com Flex-Ständer montiert. Dieser Ständer hat ein starkes Gelenk und ist für eine lange Haltbarkeit bekannt. Übrigens kann man das Rad in schwarz oder rot glänzend bekommen. Es wird ein 26 Zoll Rad mit 47 cm Rahmenhöhe angeboten und das 28 Zoll Rad bekommt man in den Rahmenhöhen 46, 50 und 54 cm. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 130 Kilo. Die Ausstattung wurde von Modelljahr 2017 zu 2018 also sogar noch verbessert. Die Preise fangen bei 1.999 Euro an. Dieser Preis gilt für das Roberta R7 mit 300 Wh Akku. Mit 400 Wh Akku kostet es 2.199 Euro und mit 500 Wh 2.399 Euro. Vom Motor hört man sehr wenig. Ein leises Summen vielleicht, aber mehr nicht. Ist der Motor ausgeschaltet, lässt sich das Rad fast so leicht fahren wie ein normales City-Rad mit 7-Gang-Schaltung. Und auch beim Bremsen mit der Rücktrittbremse fühlt es sich sehr viel besser an. Das Ansprechverhalten des Motors und die Art wie der Motor unterstützt, trägt viel zu einer sicheren Fahrweise bei, denke ich. Denn der Motor und die Sensoren sorgen für gleichmäßigen Vortrieb und können unbeabsichtigtes starkes Beschleunigen z.B. beim Anfahren ausschließen. So hat der Fahrer sein Pedelec zu jeder Zeit sicher unter Kontrolle. Das war aber auch schon bei der noch aktuellen Motorengeneration der Fall. Wären alle auf dem Markt verfügbaren Antriebe so gut wie der Bosch Motor, dann würde es sicher viel weniger Unfälle geben. Denn gerade die Billiganbieter können diese Technik und Sicherheit nicht bieten. Beim neuen Hercules Roberta R7 sind also eine ganze Menge von Verbesserungen eingeflossen. Ich kann also nur empfehlen, mal eine Probefahrt zu machen. So, das war mein Beitrag zum Hercules Roberta R7. Wenn Euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wollt Ihr mehr solcher Videos sehen, dann abonniert einfach meinen Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Also, ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao und bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.